Von welcher Windel gibt es drei Versionen? Nicht viele können das von sich behaupten, eine der wenigen ist die Little Rascals. Sie ist schon seit einigen Jahren auf dem Markt und hat sich einen Namen als bunte, besonders dicke Windel gemacht. Version 2 hatte ich im Praxistest mit einem guten Ergebnis. Neben einer hohen Saugleistung konnte sie mit einem vergleichsweise günstigen Preis überzeugen, ohne dass man bei der dicke Abstriche hinnehmen müsste. Relativ leise hat Hersteller NRU kürzlich die neue dritte Version herausgebracht. Im Gegensatz zu anderen Windelherstellern gibt es keinen Blog, in dem neue Produkte angekündigt werden. Social Media ist zwar vorhanden, aber auch dort wurde die neue Windel nicht vorgestellt. Lediglich auf der Startseite im hauseigenen Internetshop erfährt man in den rotierenden Bildern von der neuen Windel, sie soll eine höhere Kapazität haben und damit eine theoretische Saugleistung von 8000 Milliliter. Die bisherige V2 erreichte mit 7000 Milliliter etwas weniger. Optisch hat sich laut den Bildern wenig verändert, es bleibt das zeitlose Design der weißen Windel mit bunten kleinen Monstern, die auf der kompletten Fläche verteilt sind. Der Hersteller betont, dass sich die dritte Version der Little Rascals an die 8 abanlehnen soll. Ihr habt sie vielleicht schon mal gesehen, sie ist in weiß, blau, pink und recht neu auch schwarz erhältlich. Am häufigsten sieht man die blaue. Alle Farben wurden für eine hohe Saugleistung optimiert und richten sich eher an die Windelliebhaber, die eine Windellange tragen möchten, ohne sich ums Wechseln sorgen zu müssen. Aber dafür nicht auf bunte ABDL-Windeln setzen möchten, weil ihnen die bunten Motive nicht zusagen. Solche Menschen würden bei der Little Rascals zögern, da sie sehr viel aushalten und hier ihren Vorstellungen entsprechen, jedoch sie sich vom kindlichen Design eher gedemütigt fühlen. Das betrifft vor allem die, wo Windeln tragen müssen. Die Beschreibung von NRU lässt vermuten, dass die NRU nun das gleiche Saugmaterial verwendet. Weiterhin gibt es beide Windeln, sodass man sich zwischen schlicht und bunt entscheiden kann, bei beiden Windeln aber eine hohe Saugleistung bekommt. Leider wird auch hier nicht angegeben, nach welcher Methode die Saugleistung von 8 Litern gemessen wurde. Es handelt sich natürlich um einen theoretischen Labortest, das ist bei diesen Dimensionen klar. Doch es gibt verschiedene. Manche Hersteller nutzen keinen Standard, sondern verwenden eigene Messmethoden. Es ist daher unklar, ob sich an der Windel überhaupt etwas verändert hat. Oder möglicherweise nur die Messmethode, sodass die gleiche Windel durch eine andere Messmethode nun ein höheres Ergebnis liefert. All das lässt sich nur im Praxistest herausfinden. Wobei es in jedem Falle um keine weltbewegenden Ergebnisse geht. Selbst wenn NRU die Saugleistung erhöht hat, sind das in der Praxis wahrscheinlich maximal ein paar hundert Milliliter, gut, aber keine Revolution. Nötig hat das die Windel auch nicht, da bereits die Little Rascals V2 überzeugen konnte. Sobald sie in Europa gekauft werden kann, prüfe ich das im Alltag. Bis dahin kann man problemlos zum Vorgänger greifen. Er ist leider im Moment ausverkauft, soll aber bald wieder lieferbar sein. Bleibt trocken, bis zum nächsten Video.